Guten Abend, schön, dass ihr da seid, hier vor Ort und schön, dass ihr online mit dabei seid. Ihr dürft Platz nehmen hier und ihr könnt zu Hause, keine Ahnung, liegen bleiben, stehen bleiben. Ihr könnt auch Abendessen, das ist uns völlig egal, aber bitte aufmerksam zuhören und zuschauen heute. Heute haben wir ein sehr, sehr wichtiges und sehr, sehr interessantes Thema. Ich habe mich sehr, sehr gefreut, also das heute Abend war für mich eine Art Highlight, auf das ich mich vorausgefreut habe. Es geht um das erste Zeichen Jesu, das erste Wunder, aber es war nicht nur ein Wunder, es war ein Zeichen. Ein Wunder ist das übernatürliche Eingreifen Gottes in die natürlichen Abläufe und ein Zeichen, ein Zeichen deutet auf etwas. Ein Verkehrszeichen deutet in eine gewisse Richtung und ein Zeichen ist etwas, was auf etwas hindeutet. Und worauf das hindeutet, werden wir uns heute genau anschauen. Wir haben also das Johannesevangelium, wir haben Vers für Vers Bibelstudium durch das Johannesevangelium. Öfters werde ich gefragt, ich habe die Bibel noch nie gelesen, wo fange ich an? Und heute sage ich dir ganz klar, beginne mit dem Johannesevangelium, da kannst du nichts falsch machen. Wenn das das Buch der Bibel ist, was du am besten kennst, am meisten liest, da kannst du nichts falsch machen. Es ist mein Lieblingsevangelium, der vier, aber natürlich, ich liebe das ganze Wort Gottes, keine Frage, aber das Johannesevangelium ist einzigartig. Und wir haben bereits acht Wochen hinter uns, also heute ist der neunte Teil und die ersten zwei Wochen waren eine Art Überblick. Wir haben uns einmal einen Überblick verschafft über dieses Evangelium. Zwei Wochen lang haben wir uns die 21 Kapitel, also das ganze Evangelium aus der Vogelperspektive angeschaut. Also was der Inhalt ist, was alles drinnen ist und dann die letzten sechs Wochen, also ganze sechs Wochen waren wir im Kapitel 1. Und alle diese Lektionen sind sehr wichtig und alle Lektionen sind gratis auf YouTube zu finden und auch auf Spotify. Solange es Strom und Internet gibt, kannst du das gratis und kostenlos dir hineinziehen. Heute beginnen wir mit dem zweiten Kapitel und da werden wir uns zwei Wochen aufhalten, also heute und nächstes Mal. Kapitel 2 hat 25 Verse, heute machen wir 12 Verse, nächstes Mal machen wir 13 Verse. Heute geht es um die Hochzeit von Kana, wo eben Jesus das erste Wunder und Zeichen vollbracht hat, nämlich Wasser in Wein verwandelt hat. Dieses Zeichen, wie gesagt, deutet auf etwas hin und nächste Woche geht es um die Tempelreinigung, wo Jesus in seinem Zorn, ja, lass dir nie einreden, dass Zorn Sünder ist. Manche sündigen, weil sie nicht zornig sind. Gleichgültigkeit ist mir alles egal. Lass dir nie einreden, dass Zorn Sünder ist. Es geht immer um das Warum, die Motivation. Ist es Liebe oder ist es was anderes? Also wenn Jesus zornig ist, dann richtigerweise so und für die richtigen Dinge so und das werden wir uns nächste Woche dann auch genau anschauen. Lesen wir mal diese zwölf Verse, die sind nicht so lange, also heute der Text ist nicht allzu lange und lassen uns dann genau darauf eingehen, auf dieses gewaltige, gewaltige, diesen gewaltigen Absatz hier im Johannes 2, Verse 1 bis 12. Ich lese. Und am dritten Tag war eine Hochzeit in Cana, in Galiläa und die Mutter Jesu war dort. Aber auch Jesus und seine Jünger waren zur Hochzeit geladen und als der Wein ausging, sagte die Mutter Jesu zu ihm, sie haben keinen Wein mehr. Und Jesus sagt zu ihr, was hat das mit dir und mir zu tun, Frau? Meine Stunde ist noch nicht da. Seine Mutter sagte zu den Dienern, was immer er euch sagt, das tut. Es standen dort aber sechs steinerne Wasserkrüge, wie es die Reinigungsvorschriften der Juden verlangen. Und die fassten je zwei bis drei Mass, 80 bis 20 Liter pro Stück. Jesus sagt zu ihnen, füllt die Krüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis oben oder bis zum Rand. Und er sagte zu ihnen, schöpft jetzt und bringt den Speisemeister davon. Und sie brachten es. Als aber der Speisemeister das Wasser kostete, das zu Wein geworden war und nicht wusste, woher es war, Die Diener aber, die das Wasser geschöpft hatten, wussten es. Da ruft der Speisemeister den Bräutigam und sagt zu ihm, Jedermann, setz zuerst den guten Wein vor und wenn sie betrunken sind, den schlechteren. Du hast den guten Wein bis jetzt zurückbehalten. Das tat Jesus als Anfang der Zeichen in Cana in Galiläa und er offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Danach zog er nach Kaffernaum hinab, er und seine Mutter und seine Brüder und seine Jünger und sie blieben dort einige Tage. Kapitel 2 beginnt einen neuen Abschnitt. Der geht eigentlich bis Kapitel 12, zum Ende des 12. Kapitels. Da geht es um den öffentlichen Dienst, das öffentliche Wirken Jesu. Kapitel 13 bis 17 ist sein Dienst nur mit seinen zwölf Aposteln. Da hat er das letzte Abendmahl und da redet er über den Heiligen Geist und über er wird gehen und der Geist wird kommen und so weiter. Eine sehr intime Zeit mit seinen zwölf Aposteln. Aber wir haben von Kapitel 2 bis Kapitel 4 noch einmal einen kleinen Abschnitt, nämlich er macht zwei Zeichen. Das erste, Wasser in Wein in Cana und er geht dann, wenn du dich richtig erinnern kannst, einmal nach Jerusalem, kommt zurück, geht durch Samarien, begegnet der Frau am Jakobsbrunnen und kommt wieder nach Cana zurück und heilt dort als zweites Zeichen den Sohn eines königlichen Beamten. Also die ersten beiden Zeichen sind beide in Cana in Galiläa. Cana in Galiläa ist circa 15 Kilometer von Nazareth, nördlich, nördwestlich von Nazareth. Nazareth war damals 500 Einwohner, heute ist es eine Stadt, eine größere Stadt. Damals war es ein relativ kleiner Ort und Cana war noch viel kleiner. Cana war ein Kuhdorf mit vielleicht vier, fünf Dutzend Menschen, also ein paar Familien, ein paar Großfamilien. Und Jesus offenbarte seine Herrlichkeit. Und das Ergebnis, seine Jünger glaubten an ihn. Das war das Ergebnis, das haben wir gelesen. Sie sahen das Wunder und seine Jünger glaubten oder glaubten noch mehr an ihn. Und dieser Bericht, also das, was wir jetzt gelesen haben, die Hochzeit von Cana, dieser Bericht trägt zum Gesamtzweck des Evangeliums von Johannes bei, nämlich, was ist der Zweck vom Johannes-Evangelium? Menschen zum Glauben an Jesus zu bringen, welcher zum ewigen Leben führt. Dieser Glaube an Jesus führt zum ewigen Leben. Das haben wir schon öfters gelesen im Kapitel 20, also ziemlich am Schluss, Vers 31. Was hier berichtet ist, wurde aufgeschrieben, damit ihr glaubt. Also alles, was im Johannes-Evangelium steht, wurde aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes und damit ihr als Glaubende Leben habt in seinem Namen. Also alle Wunder, alle Zeichen, alle Aussagen, alles, was Johannes aufgeschrieben hat, wurde aufgeschrieben, damit Menschen zu Jesus finden, dass sie an Jesus glauben und durch diesen Glauben ewiges Leben haben. Und darum sage ich, jemand, der nicht gläubig ist, kann allein durch das Lesen vom Johannes-Evangelium schnell zum Glauben kommen, weil es so gewaltig ist. Darum, ich kenne auch persönliche Menschen, die durch das Johannes-Evangelium, durch das Lesen des Johannes-Evangeliums tatsächlich zum Glauben gefunden haben. Ich fasse zusammen, das Johannes-Evangelium. Dieses wunderbare Evangelium ist eine Sammlung, ist eine Sammlung von Beweisen, mehr Zahl. Eine Sammlung von Beweisen für die Identität Jesu Christi. Jedes Wunder ist ein Beweis für seine Identität als Sohn Gottes, als der Allmächtige Gott. Und alles, was darin aufgeschrieben ist, trägt dazu bei, zu beweisen, wer Jesus ist. Kurze Wiederholung zu Kapitel 1. Da haben wir verbale Zeugnisse. Der Apostel Johannes hat begonnen damit, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort und dasselbe war am Anfang bei Gott. Und ohne dasselbe wurde nichts, was geworden ist. Ohne ihn wurde nichts und so weiter. Da gibt der Apostel Johannes Zeugnis für Jesus. Dann Johannes der Täufer gibt Zeugnis für Jesus. Siehe das Lamm Gottes und so weiter und so fort. Und fünf erste Jünger, die ersten fünf Jünger, Simon Petrus, Andreas, Philippus, Nathaniel und Johannes, der Schreiber selbst, geben Zeugnis für Jesus. Der Apostel Johannes, der Täufer Johannes und die ersten fünf Jünger legen verbales Zeugnis ab von Jesus. Das ist das erste Kapitel. Im Kapitel 2 beginnen die Werke Jesu. Also Johannes 1 sind die Worte. Die Worte der Zeugen. Und jetzt beginnen die Werke für Jesus zu sprechen. Diese Werke, die als Zeugnis für Jesus dienen. Und diese Werke, diese Wunder, diese Zeichen, Johannes nennt sie sieben Zeichen, sie demonstrieren und beweisen, dass er Gott ist und er tut, was nur Gott tun kann. Und von diesem Moment an sehen wir abwechselnd Worte Jesu und Werke Jesu. Worte, Werke, Worte, Werke, Worte, Werke. Gemischt durch das ganze Evangelium, die ganzen Ich-Bin-Aussagen, Ich bin das Brot des Lebens, Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, Ich bin die Auferstehung und so weiter. Ich bin das lebendige Wasser, Ich bin das Licht der Welt. Also seine ganzen Worte legen Zeugnis ab von ihm und seine Werke. Also immer wieder wechseln sich hier Worte und Werke ab. Aber sowohl die Worte, also alles was Jesus sagt und alles was er tut, sind ein Beweis oder ein Zeugnis für das, wer er ist. Wir haben sieben Zeichen im Kapitel 2 bis 12. Und dann gibt es noch ein achtes im Kapitel 21. Aber das ist nach der Auferstehung, da produziert er Frühstück für seine Jünger. Das ist sehr interessant. Da beginnt er ihnen wieder am Strand, also am Wasser. Und dann, sie erkennen ihn dann und dann plötzlich hat er Frühstück gemacht für sie. In Kapitel 21. Und der Höhepunkt seiner Wunder ist natürlich seine eigene Auferstehung von den Toten. Im Johannes 20, Vers 30, da steht noch viele andere Zeichen, hat Jesus vor den Augen seiner Jünger getan, die in diesem Buch nicht aufgeschrieben sind. Also die sieben, die er getan hat, die hier aufgeschrieben sind im Johannes Evangelium, sind bei Weitem nicht alle, die er getan hat. Oft hat er jeden Tag Wunder gewirkt. Und sogar mehrere. Also wir wissen, dass diese sieben, die hier aufgeschrieben sind, nur eben diese sieben sind, aber bei Weitem nicht alle, die er getan hat. Im Johannes 21, Vers 25, der allerallerletzte Vers vom Evangelium. Es gibt aber noch vieles andere, was Jesus getan hat. Wollte man das alles eins ums andere aufschreiben, so würde meines Erachtens die ganze Welt die Bücher nicht fassen, die dann zu schreiben wären. Das kann natürlich nur auf die Ewigkeit sich beziehen, denn das, was in 33 Jahren passiert oder in dreieinhalb Jahren passiert, kann man wahrscheinlich schon alles aufschreiben. Aber die Evangelien schreiben nicht alles auf. Er hat so viel mehr gewirkt. Auch die Dinge, die er getan hat zwischen seinem 12. und 30. Lebensjahr, auch das wäre interessant zu wissen. Da hat er keine Wunder gewirkt, aber allein mit einem perfekten Menschen zusammenzuwohnen, muss schon interessant gewesen sein. Das muss man sich vorstellen, aber wie dem auch sei. Aber da sieht man wieder die Verbindung zwischen dem Irdischen und dem Himmlischen. Er hat vieles gewirkt, aber wenn alles aufzuschreiben wäre, was Jesus je getan hat, könnte die ganze Welt die Bücher nicht fassen. Das spricht natürlich von allem, was er in der Ewigkeit vollbracht hat und auf Erden getan hat. Okay, gehen wir zurück zum Kapitel 2 und legen wir das auseinander. Ein übernatürliches Zeichen, ein Wunder. Menschlich betrachtet ist das, was Jesus hier getan hat, nicht zu erklären. Und wenn wir nur das hätten, stell dir vor, wir hätten nur die Hochzeit von Kana. Müsste jeder erkennen, wer er ist, oder? Müsste jeder wissen, das kann kein Mensch. Er muss Gott sein. Wenn wir nur diese elf Verse hätten, dann müssten wir schon genug haben. Er schuf alles aus dem Nichts. Warum schuf er aus dem Wasser Wein? Wer von euch weiß, er hätte genauso aus Luftwein schaffen können. Wäre kein Unterschied gewesen. Also ganz ehrlich, wenn du Wasser in Wein verwandeln kannst, dann kannst du es auch aus Luft Wein machen. Aber es hat eine Bedeutung und das wollen wir uns auch heute anschauen. Er schuf aber praktisch Wein aus dem Nichts. Denn Wasser in Wein verwandeln ist schon das Gleiche wie aus dem Nichts etwas zu schaffen. Schauen wir uns vier Teile an. Wir teilen das jetzt auf in vier Teile dieser Hochzeit. Oder diese Passage. Der erste Teil, wir haben ein Fest. Was haben wir? Ein Fest. Und im Jüdischen, in dieser antiken Zeit, war das Hochzeitsfest das Größte, was ein Mensch erleben konnte. Es war quasi ein Stück Himmel auf Erden. Und die Hochzeiten waren nicht ein halber Tag, oder wie manchmal in Österreich ging es bis nach Mitternacht, die waren oft bis zu sieben Tage. Ich glaube in der Türkei macht man das heute noch auch teilweise, in anderen Ländern, wo die Hochzeiten über Tage gehen. Und jüdische Hochzeiten gingen manchmal bis, nicht immer, aber tagelang auf jeden Fall, manchmal bis zu sieben Tage. Und das war ein ganz großes Lebensereignis. Also diese Hochzeiten, eine Riesenparty, eine Hochzeit, das wichtigste Event in der antiken Welt. Beginnen wir nochmal mit Vers 1. Und am dritten Tag war eine Hochzeit in Kana in Galiläa und die Mutter Jesu war dort. Noch einmal Nazareth, hat ca. 500 Einwohner gehabt, Kana noch kleiner, vielleicht einige Dutzend Personen. Die Leute kannten sich unter sich. Ich meine, die Familie von Maria und Josef und die Vorfahren von Maria und Josef, die Großfamilie, die war da verstreut. Die Leute von Kana kannten die aus Nazareth. Das ist so, wie wenn, keine Ahnung, wenn, ja, ich habe jetzt keinen Vergleich, wie die Mödlinger und Grunddormsdorfer, keine Ahnung. Also auf jeden Fall, Nazareth und Kana, das war irgendwie eine Connection. Da kannte jeder jeden. Und die Tatsache, dass unser Herr sein erstes Wunder bei einer Hochzeit vollbrachte, unterstreicht, was unterstreicht es? Die Heiligkeit dieses Bundes. Es unterstreicht, Hochzeiten sind wichtig. Ich sage das noch einmal. Einige müssen das heute hören. Hochzeiten sind wichtig. Ganz wichtig in einer Zeit, wo man sagt, den Wisch brauche ich nicht. Oder wir sind eh verheiratet. Nein, öffentliche, eingegangene Bündnisse sind in Gottes Augen entscheidend. Das heißt, die Zeremonie zählt vor Gott. Und nicht, wir leben eh zusammen, wir sind verheiratet. Ich weiß, das ist sehr modern heute, das ist sehr locker heute. Aber Jesus zeigt uns hier, hey, ich bin bei einer Hochzeit dabei und die Ehe ist die höchste, nobelste, edelste, wunderbarste Beziehung, die es zwischen zwei Menschen geben kann. Im 1. Petrus 3 steht, es ist ein Geschenk des Lebens. Und ja, die Zeremonie ist wichtig. Ja, vor einem Verzeugen zu treten, sich das Ja-Wort zu geben, eine Hochzeit zu feiern, ist entscheidend. Ich möchte es ganz deutlich heute sagen, weil manche glauben nicht, dass es so ist, in der heutigen, vor allem westlichen, Zeit. Ich habe übrigens was Cooles gehört am Sonntag, von jemand, der hier jeden Sonntag in die Oase kommt, oder fast jeden Sonntag, also regelmäßig, der Michael, und der hat mir Folgendes gesagt, nach der Predigt am Sonntag, übrigens am Sonntag waren wir so voll, dass wir alle Stühle vom ganzen Gebäude sammeln mussten, damit wir die Leute da unterbringen. Es war ein wunderbarer Großteil Gottesdienst und ich möchte danken für alle, die dabei waren und die es so schön gemacht haben. Und ich habe wieder einmal geredet über die Auswirkungen von Jesu auf Menschenwürde, Menschenrechte, Frauenrechte, etc. und er hat Folgendes gesagt, die westliche Welt, Europa, Amerika, etc. hat das Christentum in ihrer DNA. Ob sie es wissen oder nicht, ist ein anderes Thema. Aber der Grund, warum wir hier Freiheit haben, Frauenrechte haben, Menschenrechte haben, geht zurück. Natürlich wird jetzt versucht, das kaputt zu machen, aber die Ausgangsposition ist ein christliches Weltbild. die Gleichheit von Frau und Mann, die Gleichheit von allen Menschen, Menschenwürde. Das, was die Menschen jetzt versuchen selbst zu schaffen, ihren Humanismus und Gottlosigkeit. Sie wollen jetzt Gott rausnehmen aus dem, was nur Christus geben kann. Aber du musst verstehen, der Westen ist von der christlichen DNA durchdrungen. Drum haben wir das christliche Abendland. Und der Trugschluss ist, hört es mir jetzt ganz gut zu, hört nichts mit der Predigt zu sein heute. Der Trugschluss ist, dass andere Kulturen genauso denken wie wir. Und das ist nicht so. Das heißt, wenn wir eine andere Kultur importieren, kriegen wir nicht die Denken teilweise übers Leben ganz anders wie wir. Über den Tod ganz anders wie wir. Das kapieren wir nicht. Wir kapieren nicht, dass wir, obwohl es die meisten Menschen nicht wissen, auf christliche Werte gebaut sind. Und das wollen wir jetzt alles wegnehmen. Also intern werden wir quasi zerstört und von außen importieren wir uns auch noch andere Kulturen, vor allem auch mit einer üblen Religion. Ich liebe Moslems. Ich liebe sie. Ich habe Freunde, die sind Moslems. in der Türkei, ich gebe ihnen sogar Geld, wenn sie Geld brauchen. Aber die Religion, die Religion ist nicht dasselbe wie das Christentum. Ganz andere Werte. Übrigens, ich war vor drei Tagen, jetzt schweife ich komplett ab, aber es ist so wichtig, dass wir das verstehen. Vor drei Tagen war ich in einem Gasthaus, in einem Restaurant, habe meine Spaghetti gegessen und dann sitzen gegenüber von mir zwei junge Männer, Anfang 20, in schwarz mit einem schwarz-weißen Schild. Ich habe sofort gewusst, woher die kommen und wer sie sind und ich habe sie gleich angesprochen und gesagt, seid ihr auf Mission hier? Yes. Auf Englisch habe ich gesprochen und ist das eure zweijährige Missionszeit, die gehen nach der Highschool, gehen in die Welt und wollen die die Welt mormonisieren und ich habe gesagt, ja, Jesus liebt euch, habe ich gesagt und ja, 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 ja und wir hätten viel zu besprechen, habe ich gesagt und es war ein ganz freundliches Hin und Her und ich habe gesagt, ich wünsche euch eine gute Zeit hier und dann sind sie aufgestanden und wollten zahlen und ihr habt das gestoppt, ihr habt zum Kellner gesagt, bring mir die Rechnung, ich zahle für die beiden und habe drei Leute bezahlt, für mich und die zwei und weißt du was, ich habe mich sehr, sehr gut gefühlt, obwohl die irgendwas ganz anderes glauben wie ich, habe ich ihnen was Gutes getan, ja, ich habe sie nicht verurteilt, ich habe sie nicht beschimpft, ich habe mit ihnen, ihr habt ihnen gesagt, ich bin evangelikaler, evangelikaler, christlicher Pastor, also freikirchlicher Pastor, habe ich gesagt, also ich bin Pastor und haben es gleich geschaut und dann habe ich ihnen, und weil ich das gesagt habe, habe ich gesagt, du, ich zeige euch jetzt das Essen, nicht, also, die sollen nämlich nicht mich in schlechter Erinnerung haben, sondern in guter, die sollen, wenn ich schon Zeugnis gebe und Jesus erwähne, dann sollen sie wissen, Jesus-Nachfolger sind großzügig und die haben gestrahlt von einem Ohrwaschel zum anderen, das gleiche mache ich mit Moslems, ich liebe sie, aber das tut, ich liebe auch die Transgender und Homosexuelle und Sünder, ich liebe sie alle richtig und wenn wir Chance haben, tun wir ihnen Gutes und es hat mir etwas gezeigt, es ist sehr, sehr wichtig, dass wenn wir den Mund aufmachen, dass wir den Menschen dann auch Gutes tun und nicht sich schlecht machen und das war sehr, sehr Augenöffnung für mich wieder und drum trotzdem, so sehr wir die Menschen lieben, der Trugschluss ist, dass diese Leute aus der Kultur genauso denken wie wir, na, die haben ein ganz anderes Frauenbild, das passt hier nicht, unser Frauenbild ist christlich, auch das, was die eigentlich wollen, dass alle gleich, das ist eigentlich, wenn es in der Liebe Jesu wäre, ist es christlich, aber es ist komplett in die falsche Richtung abgebogen, weil Gott rausgenommen wurde, aber wir haben die Menschenwürde, die Gleichberechtigung und alles unserem Herrn Jesus zu verdanken. Okay, wie bin ich darauf abgekommen? Wurscht. Die Zeremonie zählt und genau alle Gesellschaften, das kann man auch studieren, alle Gesellschaften, alle Kulturen, die die Ehe in Ehren halten, Kinder bekommen und groß ziehen, darauf liegt ein Segen. Ich habe das jetzt am Herzen zu sagen, wenn du die Chance hast, wenn du jemanden siehst, der vielleicht nicht so bei Kassa ist wie du, ich habe das gemerkt bei diesen beiden Jungs, die leben auf einem sehr beschränkten Budget, wenn du eine Frau mit Kindern vor dir hast in der Einkaufsstraße beim Spar oder beim Billa oder beim Aldi und du merkst, da hat es vielleicht was zurückgegeben, weil sie es nicht ganz zahlen kann, aber du merkst, da fehlt was, ich würde eigentlich gern mehr haben, zuck deine Kreditkorten und zäufel, wenn du das hast, weißt du, was das in deinem Herzen bewirken würde? Freude, das ist Jesus nachfolge, nicht knausig sein und im Restaurant, wenn du zahlen kannst, zahl, Amen, nicht ausnutzen lassen, ist eh klar, aber sei großzügig, Amen, okay, ich gebe schon Ruhe, aber überall in jeder Gesellschaft, wo die Ehe in Ehren gehalten wird und Kinder bekommen und Kinder groß zu ziehen in Ehren gehalten wird, ist eine Gesellschaft des Wohlstandes, der Sicherheit, des Segens, des Friedens, geringe Kriminalität und jede Gesellschaft, die die echte Familie, nämlich Mann und Frau und diesem Bund zwischen Mann und Frau, die man Ehe nennt, die nur für Mann und Frau gilt, nicht in Ehren hält, wird korrupt und führt zu Chaos und das haben wir heute, korrupt, korrupt und Chaos, Unmoral und Kriminalität nimmt überhand, Böses kehrt ein in diese Gesellschaft, das Gefüge dieser Gesellschaft, wo die Ehe zwischen Mann und Frau und das Kinder bekommen und Kinder groß sind in dieser liebevollen Einheit, wo das nicht in Ehren gehalten wird. Diese Gesellschaft fällt auseinander und das Böse eskaliert. Das haben wir. Wir haben es jetzt auswendig, würde ich sagen. Unser Herr hielt die Ehe in Ehren. Unser Herr offensichtlich zeigt es sich bei der Ehe oder bei der Hochzeit, weil er sagt, die Zeremonie ist wichtig. Es ist nicht nur, wir leben zusammen und wir tun so als ob, sondern wir gehen ein öffentliches Bündnis ein. Er zeigt das unter anderem, indem er sein erstes Wunder bei einer Hochzeit vollbrachte. Vers 2 Aber auch Jesus und seine Jünger waren zur Hochzeit geladen. Vers 1 haben wir gelesen, es gab eine Hochzeit in Kana und die Mutter Jesu war dort. Vers 2 Aber auch Jesus und seine Jünger waren zur Hochzeit geladen. Ob das jetzt alle zwölf Jünger schon waren oder nur die fünf vom ersten Kapitel, das wissen wir nicht, wahrscheinlich eh nur die fünf, die wir im ersten Kapitel kennengelernt haben, aber Jesus ging zu einer Hochzeit. Haben wir das schon gehört heute? Jesus ging zu einer Hochzeit und seine Mutter war bei der Hochzeit. die Mutter die Mutter war wahrscheinlich zuständig für die Getränke oder sie war zumindest so wie die Bernadette wahrscheinlich hat sich gekümmert um alles oder viele Frauen hier in der Oase die Jasmin und andere die Mutter Jesu die Maria war anscheinend involviert in dieser Hochzeit sie war wahrscheinlich Familie Verwandtschaft seine Brüder Maria diente dort ich meine sie hat gesagt es gibt kein Wein mehr sie war fast sicher eine Verwandte dieses Hochzeits Paares dieses Brautpaares interessant ist das war das erste Zeichen von Jesu das heißt jetzt endet sein privates Leben und jetzt beginnt sein öffentliches Leben und dieses Wunder von Kana ist quasi die Brücke zwischen privatem Leben und öffentlichem Leben und Kana war so ein Hinterwäldler Ort er ist nicht in Jerusalem aufgetreten und hat gesagt hier bin ich und hat in den Wolken schreiben lassen der Messias ist da hätte auch machen können sondern er hat in der Obskurität im hinteren Dorf von Kana sein erstes Wunder gewirkt im privaten Bereich er hat sein erstes Zeichen in einem sehr intimen privaten Bereich in Kana unter Verwandten Freunden und Familie gewirkt und er offenbart sich als Schöpfer und das deutet genau wieder dorthin wo wir begonnen haben im Anfang war das Wort er offenbart sich als Schöpfer siehe Johannes 1 siehe Genesis 1 er schuf aus dem Nichts wer kann das außer Gott niemand und die Hochzeit war voll im Gang alle hatten eine gute Zeit also wenn du auf der Hochzeit eine gute Zeit hast dann stimmt was nicht hatte Jesus dort eine gute Zeit bestimmt einige ich habe ein paar Kommentare gelesen und da ist gestanden einige glauben dass deswegen der Weihnachts gegangen ist weil die Jünger auch dort waren die waren zusätzlich eingeladen quasi also mehr als erwartet also die Jünger glaube ich nicht aber ist wurscht es ist lustig auf jeden Fall waren die Jünger auch eingeladen Jesus hat sie mitgenommen aber wichtig auch Jesus erfreute sich an diesem Ereignis weil religiöse Leute wollen oft so tun wir dürften keinen Spaß haben oder keine Gaudi haben stimmt ja gar nicht Jesus hatte garantiert eine gute Zeit dort und es war nicht seine erste Hochzeit vielleicht auch nicht seine letzte aber auf jeden Fall hatte er seine Freude seine ja seinen Spaß auch dort auf diese Hochzeit ganz sicher so wie man eine Hochzeit feiert das heißt ja nicht dass man sich zuschüttet also ganz ehrlich ich habe mich noch nie auf eine Hochzeit zugeschüttet mit Wasser vielleicht ja aber nicht mit ist er nicht notwendig um Spaß zu haben richtig überhaupt nicht ich brauche kein Alkohol um Spaß zu haben ja aber Faktum ist dass es eine Hochzeit war und die Menschen sich amüsiert haben und sicher Jesus auch warum nicht Jesus liebt es bei Hochzeiten gegenwärtig zu sein das sollte man bei jeder Hochzeit auch erwähnen wir können Jesus zu allen Ereignissen unseres Lebens einladen also der erste Punkt in diesen vier Punkten dieser Hochzeit ist es gab ein Fest ein Fest das gefeiert wurde und es war das größte jüdische Fest der Zeiten aller Zeiten zweitens jetzt gibt es ein Dilemma Vers 3 und als der Wein ausging sagt die Mutter Jesu zu ihm sie haben keinen Wein mehr ganz ehrlich der Grund warum viele von uns ein Problem mit der Bibel haben ist weil wir nicht verstehen die Kultur dieser biblischen Welt das ist anders wie bei uns dass der Wein ausging war nicht ein kleines Problemchen okay haben wir keinen Wein mehr trinken wir nicht mehr Wasser das war eine riesige Katastrophe eine kolossale gesellschaftliche Peinlichkeit der Bräutigam hat damals für die Hochzeit bezahlt ich weiß nicht wie es in Österreich ist in Amerika ist es so dass der Brautvater für die Hochzeit bezahlt immer noch der Brautvater wenn man viele Töchter hat kommt das sehr teuer bei mir wäre es halt nicht so teuer ich habe viele Söhne aber in Amerika also der christliche Vater hat die ganze Hochzeit geblecht das ist ganz normal dass der Vater jetzt muss er seine Tochter hergeben Unmut zahlen dafür ist ja schrecklich eigentlich ein Bub gibt mir gerne her aber die Tochter gibt mir nicht mehr gerne her und dann muss man auch dafür bezahlen aber in der jüdischen Kultur war es anders der Bräutigam hat für die Hochzeit aufkommen müssen hat sich auch da lange vorbereitet und hat auch bis zu diesem Tag versucht zu beweisen dass er für die Braut sorgen kann das musste er dem Brautvater quasi beweisen ich kann für deine Tochter sorgen und dann geht der Wein aus großes Problem er muss dir ein Haus bauen oder eben bei den Eltern schauen dass es eine schöne Unterkunft ist ihr Vater hat sie ihm übergeben und jetzt geht der Wein aus das war ein fürchterliches gesellschaftliches Problem kann er sie überhaupt versorgen hat er die Substanz diese meine Tochter diese Frau zu versorgen es war eine harte Zeit eine harte Welt die Menschen mussten hart arbeiten und und der Wein ging aus lass uns kurz über den Wein reden also ein großes Problem ich habe früher auch ein bisschen drüber gelacht der Wein ist rausgegangen okay der Jesus hat eine Gaudi gemacht damit sie ein bisschen mehr saufen haben können überhaupt nicht das ist komplett die falsche Message da geht es um ganz was anderes da geht es nicht darum dass da ein kleiner Fauxpas passiert ist sondern es war eine große große kolossale Peinlichkeit ich habe sogar einen Bericht gelesen wo jemand dem der Wein ausgegangen ist sogar eine Strafe bezahlen haben müssen vor Gericht gezogen worden ist weil das darf bei einer Hochzeit nicht passieren es war eine riesige riesige Schande der kann nicht der kann nicht einmal schauen dass genug Wein da ist Wein wie schaut es mit Wein aus ist Alkoholtrinken eine Sünde nein ich habe ein paar Baptistenfreunde in Amerika die glauben dass es eine Sünde ist und die glauben dass das Traubensaft vor der gemacht wurde nein glaube ich nicht Trunkenheit ist eine Sünde im Epheser 5 Vers 18 steht und berauscht euch nicht mit Wein das bringt Unheil sondern lasst euch erfüllen vom Geist im 1. Timotheus 5 sagt Paulus zu Timotheus trinkt nicht mehr bloß Wasser sondern nimm ein wenig Wein zu dir wegen deines Magens und wegen deiner häufigen Krankheiten Trunkenheit ist eine Sünde und es war eine große Schande betrunken zu sein im Judentum und die Leute haben sich nicht leicht betrunken aber das heißt nicht dass sie keinen Wein getrunken haben Alkoholtrinken ist keine Sünde aber natürlich sollte man jeden Anschein des Böses vermeiden ich trinke so gut wie fast nichts ich trinke hin und wieder wenn mir meine Freunde aus Serbien an Schlievovitz bringen ein Stamperl Schlievovitz für meinen Magen hin und wieder ein Glas Wein nicht einmal ein Ochtel mir habe Bock ich gar nicht Bier schmeckt mir nicht also ich habe es relativ leicht ich trinke sehr wenig Alkohol aber ich bin nicht religiös dass ich sage ich darf nicht es ist ein Ding wo man Freiheit aber wenn du Alkoholprobleme hattest ist es besser du lässt die Finger davon es kann zerstören und wenn du ein Alkoholsuchtproblem hast oder wenn es für dich ein Sündenpotenzial hat das Problem ist Alkoholismus führt zu anderen Sünden es macht komisch ja und viele kennen das darum nicht spielen mit Alkohol aber Alkohol alleine ist keine Sünde aber was wir verstehen müssen in dieser Gesellschaft wurde der Wein verdünnt und zwar entweder 2 zu 5 oder 1 zu 3 manchmal sogar bis zu 1 zu 10 das heißt so viel Wasser und so viel Wein und das hat einen Grund gehabt in der jüdischen Gesellschaft wie gesagt Trunkenheit war absolut tabu und darum hat man auch hat es auch wenige Betrunkene gegeben aber es gab ein Problem das Wasser war ein Problem das heißt das Wasser war nicht gefiltert oder rein wie heute bei uns und viele wie Timotheus wurden vom nur Wasser trinken krank und deswegen hat man ein bisschen Wein dazu gemischt Wein alleine würde betrunken machen Wasser alleine würde krank machen und darum war es in dieser Gesellschaft sehr verbreitet den Wein mit Wasser zu mischen das heißt wenn der 1 zu 3 verdunnt gewesen wäre dann kann man davon betrunken werden ja aber da musst du Füder wischen da musst du sehr entschlossen sein versteht was ich sage Wasser alleine war gefährlich weil es nicht sauber war und darum hat man oft Wein dazu gemischt ins Wasser im Vers 4 geht es weiter wir sind jetzt beim zweiten Punkt Dilemma das Dilemma dass der Wein ausging war ein großes großes gesellschaftliches Dilemma das war keine Kleinigkeit das hätte diesen Beutigam seine ganze Reputation gekostet es war peinlich und Jesus rettet den Tag und nicht nur irgendwie mit dem besten Wein ever Vers 4 und Jesus sagt zu ihr was hat das mit dir und mir zu tun meine Frau meine Stunde ist noch nicht da das klingt ein bisschen unfreundlich ja aber nein es war nicht unfreundlich ich komme jetzt darauf zu sprechen Jesus sagt zu ihr was hat das mit dir und mir zu tun Frau meine Stunde ist noch nicht da reden wir kurz einmal über die Beziehung zwischen Jesus und Maria sie war wahrscheinlich involviert in dieser Hochzeit über mehrere Tage es ist die Frage wollte sie dass er ein Wunder tut wir wissen es nicht er hat bis zu diesem Zeitpunkt noch kein einziges Wunder getan verstehen wir das er hat bis zu diesem Tag noch nie ein richtiges Wunder getan er hat er hat perfekt gelebt als Gottes Sohn aber er hat noch kein Wunder gewirkt also hat sie erwartet dass er ein Wunder tut ich kann dir das nicht beantworten manche sagen ja manche sagen nein manche sagten vielleicht spürte sie dass die Zeit jetzt da ist aber sie hat bis jetzt noch kein Wunder gesehen von ihm glaubt sie dass es jetzt beginnen würde vielleicht aber ich glaube es ist viel offensichtlicher und nüchterner Josef war gestorben irgendwo zwischen dem 12. Geburtstag und zu diesem Zeitpunkt manche glauben die meisten glauben Josef starb als Jesus ein Teenager war wer übernimmt dann die Verantwortung im Haus wenn der Vater weg ist der älteste Sohn und der älteste Sohn von Maria und Josef war wer Jesus und zu wem ging sie glaubst du immer wenn es ein Problem gab Jesus er hatte nie eine schlechte Idee er hatte immer eine Lösung stell dir das vor er hatte immer die richtige Antwort obwohl er noch nie ein Wunder wirkte er war der weiseste intelligenteste und genialste Mensch der je gelebt hat und er lebte in ihrem Haus er konnte alles lösen er sah alles aus Liebe und Barmherzigkeit und Güte Menschen waren ihm wichtig ich glaube nicht dass Maria unbedingt ein Wunder erwartete an diesem Tag vielleicht hat sie gespürt aber was sie wusste über Jesus ist egal was ich ihm jemals aufgetragen habe er hat immer eine Lösung gehabt er hat immer eine Lösung gehabt ob sie jetzt genau mit der Wasser Wein Verwandlung rechnete kann ich dir nicht sagen ich glaube eher nicht sie ging zu dem zu dem sie immer ging als Witwe vertraute sie dem ältesten Sohn die römisch-katholische Kirche wir lieben euch römisch-katholische Christen sehr ihr seid unsere Geschwister aber der römische Katholizismus lehrt geh zu Maria weil Jesus Maria nicht widerstehen kann das werden wir uns gleich anschauen das werden wir gleich lesen die nehmen das aus diesem Text geh zu Maria weil Maria tut was er euch sagt und Jesus kann ihr nicht widerstehen Jesus tut immer was Maria sagt aber weißt du Jesus hat sie eigentlich zurückgewiesen höflich er sagt was hat das mit dir und mir zu tun Frau ich meine ich habe zu meiner Mutter nie Frau gesagt da war ich nicht davon gekommen wahrscheinlich aber das war eher so wie Madame Frau es war nicht hart es war nicht besonders herzlich ich also es war nicht Mama aber es war nicht unhöflich es war höflich Miss oder Madame oder Gnädige keine Ahnung wie man jetzt so sagt auch am Kreuz hat Jesus runtergeschaut und seine Verantwortung als ältester Sohn war nach seinem Tod und weggehen zu schauen dass die Mutter versorgt ist und er hat zu Johannes gesagt Johannes das ist deine Mutter und Frau Frau das ist jetzt dein Sohn was er gesagt hat Jesus ist unsere Beziehung ist ab jetzt anders ab jetzt bin ich nicht mehr der Sohn in deinem Haus ab jetzt muss ich trachten nach dem was meines Vaters ist er hat an diesem Tag einfach gesagt okay ab jetzt mit meinem öffentlichen Wirken also ab heute wirst du sehen ist unsere Beziehung anders ich muss das tun was mir der Vater sagt wir haben nicht mehr die Beziehung wie früher ich bin jetzt nicht mehr im Haus ich bin jetzt ich bin Wanderprediger und ich bin unterwegs er war 30 Jahre in Nazareth wir haben nicht mehr die Beziehung wie früher du hast keine Autorität über mich und das ist die Erfüllung von Lukas 2 49 wo Jesus als zwölfjähriger Bub im Tempel war und gesagt hat ich muss nach den Dingen meines Vaters trachten und ich glaube an diesem Tag startete starteten die Dinge des Vaters und endeten die Dinge der Mutter Jesus sagt Frau ab jetzt geht es um das was der Vater von mir will und es war doch tatsächlich der Tag an dem es mit den Dingen des Vaters begann buchstäbliche Übersetzung was hat das mit dir und mir zu tun nur ein paar Beispiele weil die römisch-katholische Kirche will hier die Maria zu der machen wo man hingeht wenn man von Jesus was will ich sage jetzt was steht in Matthäus 12 Vers 46 Jesus redet mit der Menge und seine Mutter und Brüder waren draußen und wollten mit ihm reden was sagt Jesus drauf wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder wer den Willen meines Vaters im Himmel tut ist meine Mutter und meine Brüder natürlich Maria gehörte dazu sie hat auch den Willen Gottes getan aber was Jesus hier sagt ist jetzt geht es nicht mehr um die Familien Beziehung jetzt geht es um eine geistliche Beziehung es geht um die himmlische Beziehung es geht um die Familienverbindung ist vorbei die zählt nicht mehr im Reich Gottes zählt die Familien Beziehung nicht da zählt die himmlische Beziehung das es ist genau das Gegenteil von dem was die römisch katholische Kirche lehrt genau das Gegenteil die sagen hey geh zu Maria weil Jesus kann ihr nicht widerstehen mit anderen Worten sie ist Miterlöserin über Maria zu Jesus Vermittlerin natürlich gehört Maria dazu Maria hat ihn als Retter auch angenommen aber sie hat auch den Retter gebraucht und sie hat das sogar verstanden und im Magnifikat als der Enkel Gabriel ihr erschienen ist hat Maria diesen Lobpreis losgelassen dieses Magnifikat ich lese euch da mal ganz kurz was vor da steht folgendes und Maria sprach also nachdem sie vom Enkel gehört hat sie wird schwanger werden und so weiter Maria sprach meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist jubelt über Gott meinen Retter sie wusste sie braucht einen Retter denn hingesehen hat er auf die Niedrigkeit seiner Magd und so weiter also ja Maria war ganz sicher eine Jesus Nachfolgerin aber nicht aufgrund der familiären Beziehung sondern sie hatte eine Beziehung auf himmlischer Basis und dann sagt Jesus meine Stunde ist noch nicht da komisch oder in Vers 4 sagt er meine Stunde ist noch nicht da aber dann tut er doch das Wunder wirken es muss da was passiert sein aber alles führt zu dieser Stunde hin er sagt mit anderen Worten ich agiere hier und jetzt im Rahmen von Gottes Zeitplan nicht im Zeitplan von Menschen und es war der Tag für den Anfang seines Wirkens wusste sie das das ist die Frage wusste Maria das wie sie gesagt hat sie haben keinen Wein mehr wusste sie das kann man nicht sagen er hat bis dato noch kein Wunder gewirkt aber in Vers 5 sagt sie seine Mutter sagt sie denen was immer er euch sagt das tut und dann zieht sich Maria zurück wir hören nichts mehr von ihr und übrigens es ist keine schlechte Idee zu tun was auch immer Jesus uns sagt jetzt haben wir das Fest jetzt haben wir das Dilemma ein großes Dilemma drittens jetzt haben wir die Versorgung oder das Wunder Vers 6 es standen dort aber sechs steinerne Wassergrüge wie es die Reinigungsvorschriften der Juden verlangen die die fasten je zwei bis drei Maß also 100 plus Liter pro Wassergrug für die Reinigung der Juden die Juden reinigten alles da ging es nicht um Sauberkeit sondern um Ritual Rituale Wasser war wahrscheinlich genug da sonst hätten sie es holen müssen einen Gartenschlauch hatten sie keinen ist uns das klar so entweder es war genug Wasser da weil für die Waschungen bereits vorbereitet oder die Töpfe oder die Krüge waren halb voll und sie mussten Wasser holen gehen das heißt das Wasser holen und die Krüge füllen war nicht schnell mit dem Wasser schlaucht da eine vor sondern das kann schon eine gewisse Zeit gedauert haben aber sie haben das Wasser gerohlt und gefüllt Vers 7 Jesus sagt zu ihnen füllt die Krüge mit Wasser und sie füllten sie bis oben bis kein Platz mehr war man hätte nichts mehr hinzufügen können das heißt sie waren bis zum Rand gefüllt also ob es das damals gegeben hat weiß ich nicht aber Weinkonzentrat Jesus hätte nicht Weinkonzentrat reingeben können die Dinger waren bis zum Rand voll er wollte nichts hinzufügen sondern er wollte verwandeln und er wollte dass sie mit partizipieren hätte er diese Leute gebraucht mit dem Wasser holen? nein er hätte die leeren Krüge mit Wein füllen können aber manchmal möchte Gott dass wir mit partizipieren und wir fragen oft warum aber zum Beispiel wie sie die Mauern von Erich umwandelt sind ergibt keinen Sinn wäre nicht notwendig gewesen wäre nicht notwendig gewesen aber sie haben was tun müssen und haben mitgewirkt aber Jesus hätte Wein aus Luft schaffen können Vers 8 und er sagt zu ihnen und er sagt zu ihnen schöpft jetzt und bringt dem Speisemeister davon und sie brachten es der Speisemeister ist der Oberkellner der Verantwortliche für die Hochzeit und Jesus jetzt ganz wichtiges Jesus besteht darauf dass das Wunder sofort bestätigt wird getestet wird wichtig er sagt bringt es dem Speisemeister und der soll kosten im Vers 9 steht dann als aber der Speisemeister das Wasser kostete das zu Wein geworden war und nicht wusste woher es war die Dienerarbeit das Wassergeschäft wussten es da ruft der Speisemeister den Bräutigam aber ich möchte kurz darüber reden es ist mir sehr sehr wichtig was ich jetzt sage hört es mir bitte ganz gut zu ich glaube dass unser Gott ein wunderwirkender Gott ist ich habe auch schon Wunder gesehen in meinem Leben nicht so viele aber doch einige in meinem eigenen Leben habe ich Wunder gesehen aber in der christlichen Welt heute liebe Leute passiert viel Torheit viel Torheit und Menschen behaupten dass Wunder geschehen Jesus hätte sagen können Wein aber er hat nichts gesagt der Wein ist entstanden ohne großes ohne großes Tamtam in den 90er Jahren war ich oft in so Heilungsveranstaltungen und da haben diese Prediger dann gesagt sei geheilt und ganz ehrlich ich war skeptisch ist auch oft nichts passiert und das war nicht echt die Heilungsprediger sind dann abgehauen oder waren wieder weg und die Woche drauf war der Mensch wieder im Rollstuhl obwohl ihm gesagt wurde du bist geheilt ich war hier in Wien auf einer großen Veranstaltung mit meinem Pastorfreund ich habe in Wien einen Pastor den ich sehr sehr gerne habe mit dem ich öfters rede und wir waren gemeinsam auf dieser Veranstaltung und da hat der Prediger Evangelist am Anfang gesagt Blinde werden heute sehen wir sind nach 10 Minuten aufgestanden und sind gegangen ich sage dir was niemand würde sich mehr freuen als ich als wenn ein Blinder wieder sehen würde du auch niemand aber dann sollen sie ins Krankenhaus fahren mit den Blinden und die sollen das bestätigen lassen dass er sehen kann warum wird das nicht gemacht warum passiert das nicht ich sage dir was wenn dort tatsächlich ein Blinder sehend geworden wäre und das von öffentlicher Autorität bestätigt würde von den Eltern oder wer immer dieser Mann war blind jetzt sieht er dann hätte die ganze Stadt davon erfahren warum passiert das nicht weil es nicht echt ist leider ich glaube dass Jesus Moslems erscheint zu Millionen in Iran heute das ist ein Wunder ich glaube dass viele Wunder passieren auf dieser Welt aber du musst eines wissen ein echtes Wunder fürchtet sich nicht vor einem Test warum habe ich das nie gesehen bei diesen Heilungspredigern wenn jetzt jemand wirklich vom Rollstuhl aufsteht dann ist es doch das leichteste herauszufinden der war gelähmt jetzt kann er gehen bitte Herr Doktor gib mir es schriftlich das ist doch das leichteste oder das ist echt was ich sage ist nicht populär unter manchen Christen das weiß ich aber das ist mir egal weißt du warum es mir egal ist es gibt Leute die denken und es wird mir oft vorgeworfen wenn man irgendetwas gegen ein Wunder sagt dann dämpft man den Geist ich sage dir warum das nicht stimmt der Heilige Geist ist der Geist der Wahrheit Lüge dämpft den Geist falsche Behauptungen dämpfen den Geist nicht die Wahrheit und warum ich drüber rede ist warum ich oft solche Sachen sage Torheit Falschheit Fähigkeit muss bloß gestellt werden weil er ist der Geist der Wahrheit wenn es wirklich ein Wunder ist wenn es eine echte Heilung ist dann kann ich von einem Arzt oder einer Autorität eine Bestätigung haben der Franz Huber war blind jetzt sieht er jeder weiß der war blind jetzt sieht er mach mal einen Sehtest Halleluja Amen warum passiert das in Europa nicht wenn bei dieser waren 10.000 Leute bei dieser Veranstaltung 5.000 und er behauptet heute werden Blinde sehen wenn nur ein Blinder sehen würde und das dokumentiert ist dann haben wir Erweckung ich bin nicht gegen den Heiligen Geist ich bin nicht gegen Wunder ich bin nur gegen Unwahrheit haben wir das verstanden ich bin nur gegen Unwahrheit gegen Übertreibung gegen falsche Behauptungen und ich habe es unzählige Male mit eigenen Augen gesehen im Namen Jesus Jesus steh auf aber ich habe einen Rollstuhlfahrer noch nie gern gesehen ich persönlich vielleicht ist einer hier der das gesehen hat wenn es wirklich passiert freuen wir uns und wenn es echt ist jubeln wir richtig aber wenn es falsch ist kann man nicht so tun als ob es echt ist denn er ist der Geist der Wahrheit ich möchte jeden hier herausfordern bitte der mir unterstellt ich sei gegen Wunder oder gegen den Geist das ist eine Lüge ich freue mich riesig wenn Gott wirkt nur ich weiß er ist der Geist der Wahrheit und wir haben es nicht notwendig etwas zu erfinden und wir haben es nicht notwendig etwas zu behaupten und wir haben nicht notwendig etwas zu tun als wenn es wäre wenn es nicht so ist weißt du was dann gesagt wurde wenn das Wunder nicht passiert ist manchmal ist es ein Prozess aber er hat gerade gesagt steh auf im Namen Jesu und geh ich war selbst dabei und dann wird abgeschwächt vielleicht passiert es über ein paar Wochen aber das Problem ist dann sieht man den gleichen Menschen Monate später wieder im Rollstuhl bei der nächsten Heilungsveranstaltung und wieder wird ihm gesagt sei geheilt es gibt Menschen die sollen im Rollstuhl Evangelium verkündigen es gibt Menschen ohne Arme und Hände die bleiben ohne Arme und Hände und predigen das Evangelium und Menschen zu versprechen dieser Mann ist nicht gegen Wunder ich würde liebend gerne mehr Wunder sehen aber ich weigere mich dagegen jemanden eins zu versprechen oder dann so zu tun als wären da 15 Heilungen passiert wo keiner sie gesehen hat versteht was ich sage dagegen er ist der Geist der Wahrheit lass uns für Wunder glauben lass uns für Wunder glauben aber lass uns bei der Wahrheit bleiben Amen und überall wo ich hinschaue in unserem Europa was ich so liebe sieht man in Gemeinden und Kirchen und Heilungsveranstaltungen und Jesus wird dich heilen und hey ein einziges Wunder vom Rollstuhl aufstehen oder ein blind würde wenn es bestätigt ist braucht man gar nicht reden wenn hier in der Oase ein Rollstuhlfahrer aufsteht und der nie gegangen ist nie gelaufen ist und jetzt den Rollstuhl nie wieder braucht wie viele Leute würden über uns reden und wir würden uns freuen wäre es was möglich ich glaube ja aber dann würden wir uns auch sagen hey schau was passiert ist es ist bestätigt das ist alles was ich sage wie gesagt ich habe das dutzende Male gehört sei geheilt sei geheilt und die Woche drauf war der Heilungsprediger wieder in Amerika und der Mensch ist immer noch im Rollstuhl das habe ich dutzende Male gesagt dann hat man natürlich gesagt vielleicht hat er nicht vergeben vielleicht ist Bitterkeit im Herzen come on da gibt es Menschen die bitter sind die sind pudelgesund man kann das nicht so sagen das bringt Schaden über Jesus und ich möchte nicht dass Christen getäuscht werden und hinter Torheiten hinterher laufen es endet immer schrecklich ich kenne einige die genau wegen diesen Dingen weil sie gebetet haben für den Pastor der mit 49 verstorben ist oder mit 53 viel zu früh der Pastor ist gestorben und alle haben für Heilung gebetet er ist trotzdem gestorben an Krebs kenne ich viele Geschichten jetzt glaube ich nicht mehr das hören wir immer wieder weil es nicht wahr ist der Geist Gottes ist der Geist der Wahrheit ein wahres Wunder wird jedem Test standhalten und dann können wir es auch glauben Vers 9 als aber der Speisemeister das Wasser kostete das zu Wein geworden war und nicht wusste woher es war die Diener aber die das Wasser geschöpft hatten wussten es da ruft der Speisemeister den Bräutigam und was noch dazu zu sagen ist die haben ja gar keinen wirklichen Glauben oder mehr Glauben die Leute die noch Wunder schreien und ständig Wunder wollen die haben eigentlich weniger Glauben die wollen verkrampft ein Wunder erleben ich brauche kein Wunder verkrampft suchen ich bin ein lebendiges Wunder und manche Dinge mit dem muss ich leben und das ist auch okay so gegen einen neuen Körper in dem neuen Paradies wann wurde es zu Wein ja irgendwo zwischen Vers 8 und Vers 9 oder wie entsteht Wein ich bin gleich fertig Entschuldigung wie entsteht Wein normalerweise Erde Weinstock Reben Regen Sonne Trauben Zerdrückung Pressung Wie entsteht Wein normal denk einmal drüber nach und Jesus sagt nicht einmal es werde Wein sei geheilt nein gar nichts sagt er ich glaube wenn echte Wunder im Werk sind passt nicht groß Tamtam machen oder wichtig machen oder eine Show abziehen Jesus hat nicht es werde Wein hast du schon mal gesehen sei geheilt schrecklich es ist schrecklich und diese Leute plattelt jetzt eh alle auf aber es ist schon ähnlich wie heute manch dieser Wunderprediger er machte Wein aus dem Nichts Vers 10 und sagt zu ihm jedermann setzt zuerst den guten Wein vor wenn sie betrunken sind den schlechteren du hast den guten Wein bis jetzt zurückbehalten und die Party ging weiter und der Bräutigam hat wahrscheinlich gesagt ich hab's eh so geplant gehabt ich hab das Beste für den Schluss aufgehalten Jesus rettete diese Party viertens das Ziel die Absicht das tat Jesus als Anfang der Zeichen in Kana in Galiläa und er offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn er offenbarte seine Herrlichkeit seine Jünger glaubten an ihn darf ich noch 5 Minuten geht's noch 5 Minuten Johannes 12 zu Hause ja die Songle ja Johannes 12 Vers 37 obwohl er aber so viele Zeichen vor ihnen getan hatte glaubten sie nicht an ihn es gibt zwei Gruppen diejenigen die an ihn glaubten diejenigen die nicht an ihn glaubten beide Gruppen sahen die Zeichen diese Wunderzeichen bestätigen sind bestätigt durch objektive Augenzeichen also es gibt zwei Gruppen diejenigen die an ihn glaubten diejenigen die nicht an ihn glaubten aber beide Gruppen sahen die gleichen Wunder und im Vers 12 Kapitel 12 Vers 42 steht von einer dritten Gruppe doch glaubten sogar von den obersten viele an ihn aber wegen der Pharisäer bekannten sie es nicht damit sie nicht aus der Synagoge ausgeschlossen würden Vers 43 denn die Ehre der Menschen war ihnen lieber als die Ehre Gottes das heißt sie wollten sie haben geglaubt aber sie wollten den gesellschaftlichen Preis nicht bezahlen Nikodemus kam zu Jesus bei Nacht ich glaube später wurde er dann öffentlich aber ursprünglich hat ihn in der Nacht aufgesucht und er wollte nicht gesehen werden was lernen wir noch aus dieser aus dieser Geschichte das Beste bei Gott kommt immer zuletzt das erste Zeichen Jesu ist ein Zeichen der Transformation ein Bild für uns ein Bild für das Ende der Zeit ein Bild für das Hochzeitsmal des Lammes du bist wie ein Wasserkrug ich bin wie ein Wasserkrug er transformiert dich und dein Leben es ist nicht nur ein Wunder sondern ein Zeichen es deutet darauf hin er ist der Schöpfer es deutet darauf hin das Ende wird gewaltig sein egal was jetzt ist oder nicht ist Jesus ist der Meister er bringt ultimative Freude Wein Öl und Milch etc. sind Symbole der Güte Gottes und des Überflusses das werden wir alle erleben in der neuen Welt Freude unaussprechliche Freude der letzte Tag Gottes Friedensreich mit dem Hochzeitsmal des Lammes Jesaja 25 und damit schließen wir Verses 6 bis 9 da steht da redet Jesaja über das neue Reich also das neue Jerusalem der neuen Himmel der neue Erde auf diesem Berg aber wird der Herr der Herrscher allen Völkern ein fettes Mahl zubereiten ein Mahl mit alten Weinen mit fetten Mark mit alten geläuterten Weinen ich glaube Jesus hat mir das gedacht wie er das gemacht hat und verschlingen wird er auf diesem Berg die Hülle die Hülle über allen Völkern und die Decke die über allen Nationen eingedeckt ist den Tod hat er für immer verschlungen und die Tränen wird Gott der Herr von allen Gesichtern wischen und die Schmach seines Volkes wird er verschwinden lassen von der ganzen Erde denn der Herr hat gesprochen und an jenem Tag wird man sagen seht das ist unser Gott auf ihn haben wir gehofft dass er uns hilft das ist der Herr auf ihn haben wir gehofft lasst uns jubeln und froh sein über seine Hilfe da spricht vom neuen Himmel und der neuen Erde alles Traurige wird unwahr werden jede Träne wird weggewischt steht alles in Offenbarung 21 und 22 in den letzten beiden Kapiteln der Bibel Liebe Friede und Freude das ist unser Ende das ist das Reich Gottes das Beste und Jesus sagt ich bin der Herr nicht nur dieses Hochzeitsfestes ich bin der Herr aller Feste ich bin der Herr des Hochzeitsmahl des Lammes und darum dieses erste Wunder es deutet auf unser herrliches Ende hin haben wir das verstanden und weil wir alle Transformation brauchen alle sind wir wie steinerne Krüge die verwandelt werden mit dem besten Wein Amen nicht gewaltig verstanden ist cool und hey dieser Buhr da vorne glaubt an Wunder haben wir das verstanden ich glaube an Wunder ich glaube nur auch an Wahrheit Amen haben wir das verstanden ich wünsche mir mehr Wunder ich glaube sogar dass wir ein paar Wunder hier noch sehen und erleben werden aber dann wird es jeder sehen und nicht nur Gerede ja dieses unechte sondern bestätigte Geschichten ich habe finanzielle Wunder erlebt ich kann es dir gar nicht vorstellen wir waren schon am Ende da dreimal mindestens schon dreimal komplett finito kein Tag mehr geht und plötzlich kam ein Wunder ich kann die Geschichten erzählen die sind gewaltig wir kamen mit 1000 Schillinge nach Wien 1997 1000 Schilling ohne Kreditkarte ohne irgendwas ohne Zusagen gar nichts der Rest ist Geschichte also Gott wirkt er macht Wunder er tut Dinge und aber lass uns bei der Wahrheit bleiben und nicht das was wir gerne hätten sagen weil wir es gerne hätten ich hätte gerne mehr aber manchmal ist es noch nicht und das ist okay und manchmal wird es auf dieser Erde gar nicht es gibt tolle Prediger die sitzen im Rollstuhl es gibt einen Prediger der hat keine Arme und keine Hände es gibt Prediger wie mich die sind ein bisschen crazy sehr crazy und baue ich Hilfe ja ich baue halt Hilfe aber es ist halt was es Amen danke Jesus Vater im Himmel wir sind so dankbar wir loben und preisen dich wir geben dir alle Ehre du bist ein guter Gott ein gnädiger Gott du bist ein Gott der Wunder tut und du bist die Wahrheit und Heiliger Geist du bist der Geist der Wahrheit führe uns in die ganze Wahrheit lass uns erkennen wie wunderbar und herrlich du bist und dass dieses dieses Zeichen das erste Zeichen bei der Hochzeit genau das Richtige war wo wir oft gedacht haben musste es was sein wie unnötig es zeigt genau wie du bist und es zeigt unser Ende ist Freude und Fest und Herrlichkeit in aller Ewigkeit darauf deutet das hin dass wir transformiert werden von steinernen Wasserkrögen into dem besten Wein und dass unsere Welt transformiert wird in ein neues Eden darum geht es in Jesu Namen Amen Gott segne euch